Willkommen zu GamerU Candy Crush Tipps & Tricks für Level 153. Um Level 153 zu bewältigen, müssen Sie eine Kombination aus zwei Color Bombs sammeln und 10.000 Punkten in 45 Zügen erreichen. Das Brett für dieses Level kreiert einen Engpass für Candys, welcher durch zweischichtige Gebäcke blockiert wird. Hier sind 5 Tipps um Level 153 zu gewinnen. 1. Entfernen Sie die obere Gruppe mit Schichtgebäcken zuerst, um das Brett zu füllen und Ihnen mehr Optionen zu geben, um Color Bombs zu kreieren. 2. Erstellen Sie Super Candys, um die Schichtgebäcke schnell und mit wenigen Zügen zu beseitigen. Sie müssen nicht alle Schichtgebäcke beseitigen, um zu gewinnen, aber es wird Ihnen mehr Platz geben, um mehr Candys zu vereinen. 3. Schauen Sie nach der ersten Color Bomb. Color Bombs sind Ihre Hauptpriorität. Wenn es zu schwierig ist, Ihre Color Bomb mit einer weiteren Color Bomb zu kombinieren, lösen Sie sie aus, um die übrigen Farben auf dem Brett zu gruppieren. 4. Seien Sie sicher, im Voraus zu planen, wenn Sie die zweite Color Bomb machen, damit sie neben die erste Color Bomb fällt, um diese Kombination zu sammeln. 5. Seien Sie vorsichtig mit den Striped und Wrapped Candys, da diese Super Candys das Potenzial haben, Ihre Color Bomb zu aktivieren, bevor Sie die Kombination sammeln können, die Sie brauchen. Das waren unsere Tipps und nun viel Glück! Sprechen! 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 Untertitelung des ZDF, 2020